Wenn jemand etwas bekommen hat von Allah, schaut mal, was Al-Hasan Al-Basri gesagt hat. Er sagt, du beneidest dich eine Person dafür, dass er etwas bekommen hat, denn das ist eine Fitna. Und wenn er mit dieser Fitna in das Höllenfeuer geht, wirst du ihn beneiden? Kann sein, dass du jemanden beneidest, der vielleicht zum Beispiel ein schönes Haus hat. Mal angenommen. Und dieser, der das schöne Haus hat, er ist so verblendet von seinem Haus. Er ist so verliebt in seinem Haus, dass er die Ibadah und alles, was damit zusammenhängt, vergisst. Er vergisst Allah anzubeten, weil hier und dort, Swimmingpool, Sauna, Mauna, Stauna, alles vorhanden in seinem Haus. Und er vergisst Allah, willst du ihn beneiden dafür, dass er mit diesem Haus, mit dieser Gnade, die er nicht genutzt hat, um sich Allah Azza wa Jalla zu nähern? Willst du ihn dafür beneiden, dass er damit ins Höllenfeuer geht? A'udhu Billah. Wa nablukum bisharri wal khayri fitna. Wa ilayna turja'un. Allah Azza wa Jalla sagt, wir werden euch mit Schlechtem und mit Gutem prüfen. Mit Gutem auch. Das ist eine Prüfung. Und zu uns kehrt ihr zurück. Das heißt, beneide doch nicht eine Person. Du weißt nicht, ob das, wofür du ihn beneidest. Er das im Guten nutzt und sich damit Allah Azza wa Jalla nähert. Wie viele Leute, die einen schönen Wagen haben. A'udhu Billah. Wenn du siehst, wenn er mit diesem Wagen fährt, kommen tausende Frauen auf ihn zu. Tausende Frauen kommen auf ihn zu und möchten gerne einen Anteil an diesem Wagen haben. Die interessieren sich nicht für diesen Menschen. Sie will einfach in einem schönen Wagen sitzen. Das ist eine Fitna, ja achi. Sei froh über deinen Opel Corsa, den du immer jede 50 Meter schieben musst. Da schiebt keine Frau mit dir mit. Aber bei dem anderen Wagen steigen sie ein. Fitna. Schönes Haus. Fitna. Eine schöne Frau. Fitna. Weil diese schöne Frau könnte ihn vom Wege Allah Azza wa Jalla abhalten. Schönes Haus. Willi. W건에. Tcolta.